Wenn man das allererste Mal in die Halle kommt, das ist wirklich Wahnsinn. Spätestens an dem Zeitpunkt kann man nicht mehr leugnen, dass das jetzt hier wirklich was Besonderes ist. Genau, also wir haben unser Programm so aufgebaut, dass am Anfang die zwei Pflichtsprünge sind. Das sind die einfachen Sprünge, wo es eben wirklich um die exakte Synchronität geht. Und dann kommen drei Kürsprünge, also mit vielen Drehungen, mit Schrauben. Also die entscheidenden Sprünge sind die drei Kürsprünge. Und der eigentliche Knackpunkt, sage ich mal, oder Schlüsselsprung in der Serie war der Dreieinhalbseite vorwärts. Das ist der schwerste Sprung, den wir machen. Und wir haben den bewusst dann auch zum Schluss ins Programm genommen, weil wir gesagt haben, okay, das ist so alles oder nichts. Da können wir wirklich nochmal angreifen. Das ist so, dass der Dreieinhalbseite vorwärts für die Frauen auch gehechtet, sprich mit gestreckten Beinen, im Bereich des Möglichen ist. Beziehungsweise auch dazu führt, wer den beherrscht, dass er also dort auch um die Medaillen mitspringen kann. Der hat Schwierigkeitsgrad von 3,1 und ja, der ist einer der schwersten. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen Tagesform abhängig, welchen Sprung man aktuell irgendwie am liebsten mag. Aber so insgesamt ist es auch der einzige Sprung mit dreieinhalb Drehungen vom Brett. Von daher ist das so der schwerste Sprung meiner Serie. Den bin ich selber auch gesprungen und soweit ich mich erinnere, aber erst in der offenen Klasse. Also von Tina weiß ich das und auch von Lena, die sind denn in der Jugend schon gesprungen. Also insofern ist die Entwicklung schon ein ganzes Stück nach vorn gegangen. Bedingt sicherlich auch dadurch, dass die Bretter sich verändert haben. Die sind also heute wesentlich dynamischer als zu den Zeiten, wo ich es noch in Erfahrung habe. Und es haben sich auch bestimmte Sprungtechniken geändert. Also der Anlauf zum Beispiel, der Anlauf, den Tina heute springt oder die meisten Jugendlichen auch schon, ist ein sogenannter eingesprungener Anlauf. Das heißt, die kommen mit einer größeren Sprunghöhe in den Sprungschritt und können natürlich dadurch dann am Ende auch ein bisschen höher rausspringen als aus einem normalen Stemmschritt, den wir früher praktiziert haben. Grundsätzlich hat sich die Trainingsmethodik auch noch dahin geändert, dass wir früher zum Beispiel Rückwärtssprünge, ob das jetzt Rückwärts ist oder Delfin, nur aus dem Stand trainiert haben, weil es die auch nur im Wettkampf aus dem Stand gab. Also wenn wir neue Sprünge trainieren, ist es oft so, dass man vielleicht athletisch noch gar nicht in der Lage ist, jetzt dreieinhalb Drehungen zu absolvieren. Und da kann man dann so ein bisschen tricksen, dass man eben aus den Federn den Sprung macht. Das bedeutet, man wirbt das Brett sozusagen vorher an und macht ein, zwei Fußsprünge auf dem Brett, um einfach viel mehr Höhe zu haben, als man normalerweise hat. Sodass zweieinhalb Sprünge oder auch anderthalbfache Sprünge eher möglich sind, weil aus den Federn ist es halt leichter, weil man höher springt und demzufolge auch ein bisschen mehr Zeit hat. Und dadurch dann eben auch schon einen dreieinhalbfachen Sprung zu probieren und einfach schon mal zu trainieren. Und wenn man dann einfach sich ein bisschen wohler fühlt und die Athletik dazu kommt, dann ist es gar nicht mehr so schwer, den Sprung dann auch tatsächlich im Wettkampf zu zeigen. Wenn man die nur aus dem Stand trainieren würde, dann könnte man erst später einsteigen, wenn die körperlichen Voraussetzungen dafür da sind, diese Sprünge auch zu schaffen, umzukommen. Ob von einem Meter oder von drei Meter, das ist dann schon ein Unterschied. Ob ich 50 Zentimeter Sprunghöhe habe aus dem Stand oder ob ich aus einem Meter 20 Sprunghöhe komme und den Sprung dadurch unter leichteren Bedingungen eher schaffe. Insofern kann man also Sprünge eher lernen heutzutage, als sie dann tatsächlich wettkampfreif sind. Was natürlich wieder die Folge hat, dass man auch eher nach höhere Schwierigkeiten lernen kann. Bei den Frauen muss man sagen, in den letzten acht bis zehn Jahren gibt es also doch immer mehr Frauen, die diesen 3,5 Salto vorwärts gehechtet als Standard-Kürsprung haben. Die Frage ist, inwieweit diese Entwicklung noch fortzusetzen ist, das muss man abwarten. Es wird sicherlich Frauen geben, die im 3,5 Auerbach springen. Den haben wir auch zum Teil schon gesehen, 2,5 vorwärts mit Doppelschraube. Also inwieweit die Sprünge, die zu meiner Zeit zu den sehr Ambitionierten gehörten und bei den Frauen zum Teil gezeigt werden, inwieweit die sich in Richtung Standardprogramm entwickeln werden, das wird die Zukunft zeigen. Das muss man sehen. Ja, sie sind absoluten sehr großartig, wenn es zu den Dime events geht.